Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Mädchen? Abonniert mich einfach. Der kommt dann auf die Insel da. Ich kann die später alle mit Straßen verbinden. Soll ja nicht das Problem sein. Ah, so ein kleines Häuschen ist das. So ein wildes Westerhäuschen hier. So ein Hochhaus, ein kleines Mini-Hochhaus. Okay. Pink muss sein. Okay. Ich mach's einfach mal. Ich setz das hier einfach mal da hin. Und das steht dann also direkt daneben. Okay. Das sollte jetzt nicht so groß sein, in der Theorie. Genau. Dann ist das quasi so eine Art Eingang hierzu. Gut, ich hab jetzt ein bisschen hier reingebaut, aber was soll's. Ähm. Okay. Dann nehme ich nochmal den hier. Und guck mal. Ob nicht irgendwo noch eine Wasserstelle hier ist. Weil ich kann ja auch ins Wasser bauen, in der Theorie. Oder? Dann habe ich diese Gebäude hier. Wo sind sie? Äh. Kann ich den Nebel ausschalten? Ach, da sind sie. Da sind die Gebäude. Okay, ich kann hier mal da hinten stehen lassen. Ich muss ja nicht zurück. Ich kann mir ja was Neues aufbauen. Das ist ja nicht das Problem. Ähm. Aber ich bin jetzt ziemlich... Ich hab das Gefühl, ich bin in der Uhr, weil ich werde das nie wiederfinden, die Gebäude. Ist es aber auch vollkommen schnuppe. So, hier ist schön Wasser. So. Genau. Das passt doch jetzt super wahr? Und jetzt müsste man eigentlich den Abschluss sehen, weil ich bin ja schon unter dem Meeresspiegel. Also ich bin jetzt wirklich unter dem Meeresspiegel. Das müsste jetzt eigentlich erkennbar sein. Ich bin echt gespannt, wie das von oben aussieht. Das ist quasi eine Stadt auf dem Wasser, die ich jetzt hier bauen werde. Oder auf dem flachen Gewässer. Muss man das mal anschauen, ob das jetzt schon zum Ozean gehört, oder ob das in einem Seenblatt ist? Wiss ich nicht. Zwei neue Suchergebnisse. Von Ebay kleiner zu zeigen. Die wollen mir immer noch ein Auto anbieten. Ich hab da jetzt ein Auto. Also ich bin ja schon weit unter dem Wasser. Und das sagt mir trotzdem, es ist nur nicht Feierabend. Krass. Wie groß ist denn dieser Turm? So, das führt direkt zum Wasser. Das ist doch schön. Hier ist so eine schöne Landstrecke hier zum Beispiel. Das passt mir auch. Ähm. Mit Wüste und dies und das und jenes. Was will man eigentlich mehr? Ähm. Ich glaube, ich nehme diese Welt. Ich bleibe jetzt hier. Ähm. Ich gucke nun mal, ob ich mir jetzt noch ein Haus baue. Ein Big Wooden Haus. Na, warum nicht wahr? Und ich stelle ich mir das Big Wooden Haus mal in eine Big Woode. Und zwar hier hin. Zu einem Big Wood. Cool. Das ist wirklich mal ein schönes Haus. Aber wo ist denn der Eingang? Immer in so Rätselsucherei. Ähm. Eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt Gras und Dreck in meinem Haus haben, oder? Ähm. Ja, jetzt habe ich mir den Boden bisschen weggehauen als Holz. Wollte ich gleich Holz nach und dann geht das schon. Okay. Ich komme hier quasi rein. Ich muss erstmal hier aufrollen. Dann muss ich jetzt mal gucken hier wegen Ausbesserung. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann. Jo, ich kann es noch. Okay. Der Baum ist jetzt hier drinnen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Jetzt habe ich einen Baum in meinem Haus. Ich klopse. Super. Okay. Dann haben wir jetzt hier super große Räumlichkeiten, muss ich sagen. Ähm. Was will man mehr? In der ersten Räumlichkeit richte ich mich ein. Dazu brauche ich jetzt erstmal ein Bett. Ähm. Dieses Modpack hat Leute den Nachteil, ich kann ja nicht einmal Bett eintragen. Oder? Oder doch? Ähm. Ja, geht noch nicht. Ich dachte es geht. Gut. Bett. Ich bin eigentlich im Kreativbereich. Ach da. Okay. Wenn ich das jetzt hier hinstelle, kann ich dann auch da drinnen schlafen? Ist die andere Frage. Ähm. Nö, ich würde es eigentlich haben. Oh Gott. Nee. Ich denke, ich höre mich doof an. Doofer an, als man es war. Mist. Was ist denn das von Holz? Gut. 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 Du kannst nur nachts schlafen, okay. Ich kann definitiv in den Bett schlafen. Das wollte ich ja nur wissen. Die andere Sache ist, wie kann ich die Sachen drehen? Wenn ichстро hier hinstelle, Das Ding braucht ja auch jeden Menge Platz habe ich das Gefühl. um drehen okay dann ist schon mal nicht gut das auch nicht ist egal ich habe jetzt ein bett hier drin und ich muss allerdings warten bis nachts ist kann ich die zeit vorstellen oder speichere ich jetzt einmal ab und ich sag mal so bis nächstes mal wir haben einen eingang der muss reichen ich kann aber noch gucken nach dekorationssachen hier zum beispiel was es nicht alles gibt möbel eventuell tisch ich nehme jetzt mal einen wunderbaren tisch